und herzlich willkommen wieder bei strati command erster weltkrieg mit österreich und nur mit österreich heißt die verbündeten werden von der ki geführt mit ja heiteren zügen und entwicklung muss man sozusagen angriff auf belgien also noch halten sie brüssel aber die ki verfügt leider nicht über die mannstärke er weiter zu pushen oder so die die dasen können gerade mal die linie verteidigen und die hier drüben als menschlicher spieler mal solche ressourcen hätte einfach so die flotte macht auch irgendwie ihren unsinn und es gab auch in den kommentaren noch bei erfahrungen mit ki vermündeten einmal hatte jemand mit russland gespielt aber dann auch irgendwann abgebrochen weil die verbündeten nur unsinn angestellt haben das kann ich ja durchaus bestätigen man kann durchaus sagen dass die züge der ki komisch sind im sinne von merkwürdig aber auch im gewissen sind wir sehr unterhaltsam wie man also fast man alles mit einer armee anstellen kann außer was sinnvolles zu tun so in die richtung und dann hypothetisch könnte man die hier alle in den schlaf modus versetzen oder aussetzen oder was auch immer wir auch in den kommentaren dass man das theoretisch machen könnte wenn man sich dann diese westlichen flotten bewegungen erspart nur also ich will ja eigentlich nicht den verbündeten reinreden und dann wird man in den zusammenfassungen hat immer komische flotten bewegung sehen aber vielleicht greifen sie auch eines tages an die einzige ausnahme die ich halt mache ist wenn die aktiv ihre einheiten auf unser gebiet stellen dass ich mir die dann hole und benutze und da hat auch man hat gut dazu geholt habe weil es so viele von ihnen geworden sind aber ansonsten machen die ihren eigenen kram schon überlegen hat man eine bonusregel einführen soll dass wenn man ein österreichisches haku zum beispiel auf deutschen boden bringt dass man dann an der einheiten in kommando oder ein schwung einheiten kommando reichweite führen dürfte damit hier mal was funktioniert aber es ist noch fern könnt ihr auch durch italien marschieren und paris von süden erobern oder sowas also wenn das alles funktioniert er hat apropos italien die stehen noch in 40 das geht halt wahnsinnig schnell hoch und so wie die hier gerade stehen geht es sich doch an die als verstärkung nach italien zu schicken also den und auch ein haku und natürlich in serbien die kommando power ausgehen aber das muss man dann sehen die ki wirft uns ja auch laufend neue deutsche truppen vorbei also wird schon schief gehen so wir sollten na gut wir könnten den vielleicht auch wegrollen wenn ihr stark auf den haut ihr macht ihm hinter dann platt und kriegt die moral dafür ist zwar den besseren angriff aber du darfst den vielleicht auch mal entschanzen dann wird unser österreichischer angriff vielleicht noch mächtiger mittelprächtiger anfangen das muss man natürlich sehen der schlamm ist ein bisschen hinderlich und nach möglichkeit müssen natürlich auch österreicher in die felder rein laufen damit wir die orte und das geld daraus kriegen weil hier drüben beim bergwerk und wir könnten auch versuchen den erstmal zu zerschlagen weil sonst könnte die deutsche einheit da rein die hat eh nicht den besten vorbereiteten angriff wenn man die wahl hat ob das geld bei den serben ist oder bei den deutschen und den deutschen kriegen wir immer noch zehn prozent über die konvoiroute mit dem 2 zu 3 den härteren schlag aber hier hätten wir mit den anderen zusammen noch so viel dass wir den vielleicht kriegen jeder rein wir können hier nachher noch eine österreichische einheit drüber laufen lassen ganz sicher verheizt sicher nicht meine verbündeten um meinen österreichern bessere angriffe zu geben natürlich auch so ein bisschen druck falls die anderen da feuern diese wenn man euch nachzieht okay aber der hat hat den besten angriff könnte es dann noch ein schon ein bisschen gewagt den davon einfach so dann stehen zu lassen können hier werde ich noch durchtauschen und zumindest an dieser stelle noch verschanzen für den ein bisschen eng und der versorgung halber müsstest du jetzt eigentlich hier hin dann gibst du eine 10 aber belgrad hat ein Partisanfeld aber wir können ja diese dafür nutzen man muss nur darauf achten dass man eine bewegungspunkte ausgibt weil sonst die die kideon noch weg am ende oder gut wir können ja noch in den schlafmodus setzen eigentlich ist ein chor natürlich ein bisschen übertrieben um hier nur aufzupassen und jetzt geht das belgader geld natürlich gerade an die deutschen was also eh noch ein österreicher vorbei wenn ich hier noch ein chor kriegt könnte man vielleicht die abteilung hier unterschicken ist so dringend du kannst das auch zu fuß machen so hier oben laufen die belagerung am sumpf da kriegt man jede menge feinde unterversorgt demnächst irgendwann wir können hier an den seiten sogar schon anfangen weil die nm natürlich immer schön an österreich gehen soll wenn die deutschen die haben doch auch viel mehr punkte hier die haben 50.000 start gar nur mal 32 hier in welcher ecke fangen wir an hier wird im prinzip man kann sich ja zeit lassen auch bis die noch irgendwie einen schritt weiter unten sind nicht damit gerechnet dass ja noch einer im kessel drin steht ehrlich gesagt und dann erwischt man eben noch ein und du hast eine vierer versorgung die müsste aus brest kommen das natürlich auch mal oder von hinten steht sogar ein haku versteht denn alles in diesem sumpf drin im nachrücken so ihr kümmert euch weiter darum und das wird halt jede runde leichter bei deren versorgung immer mehr fällt so hier drüben mir ist ja mal nicht verkehrt eine funktionierende frontlinie aufzubauen hier drüben hin hier drüben hin hier ist da ihr steht da hier waren 4 zu 1 nur 2 2 auch nicht unterstellt gut man könnte hier stehen mal rausnehmen weil er da inno rum steht ändert aber nichts und ich hätte den trotzdem lieber drin als den reiter vielleicht denke ich mir doch mal ein paar deutsche punkte aus und auch den zumindest etwas fitter wir haben ja auch das bergwerk kriegt in serbien dann kann man da auch mal was ausgeben so und hier drüben könnten wir den schlagen könnten aber vielleicht auch lublin einnehmen an dieser stelle weiter zu kommen ich meine das 3 1 können wir dem vielleicht immer noch verpassen aber das könnte hier gerade also es könnte funktionieren wenn ich hier nicht er wird ja doch mal entschanzen stück weit sehr schön und du darfst deinen 3 1 natürlich trotzdem machen du kannst daran von da müsste genügend versorge hoch fließen und was sollen wir denn noch mit noch einem hier drüben ehrlich so ein bisschen dürft ihr eure einheiten ja auch selber mal verwenden liebe verbündete ich schicke euch den mal hier drüben wieder vorbei so dann läuft das gut das waren unsere beiden fronten wir haben ein bisschen geld und die wollte ich in den china hier ist schon eine ich meine gut wir können direkt noch eine kanone kaufen aber je nachdem man die forschung aber die läuft schon auf hochtouren und man könnte direkt noch eine artillerie kaufen ich habe man alle von denen sicher nicht verkehrt wenn auch gerade die finanzmittel da sind nächsten runden muss man wieder alles hoch heilen und kram machen weil ich würde sagen wir nehmen das ding direkt noch mal mit sagen okay ein u-boot ist nicht so wichtig und eine kaputte artillerie die also die noch geheilt werden muss die frage wer kriegt die ihr schafft das auch wenn ihr jetzt eine hau aufsicht verliert hoffentlich auch so weil er doch bald geschafft ist hier rein marschieren in italien fehlen noch einheiten für richtige offensiven also vielleicht hier hin und wobei die kriegen wir auch alle eingekesselt platt die war nur gott könnte hart werden und dass du erstmal helfen da dann zu kämpfen weil wir kriegen ja noch mehr kanonen in nächster zeit dann weiter bomber das ist nicht so spannend ich glaube in serbien haben alle agiert und dann will ich wenigstens aufsieben dann denke ich mal können wir den zug beenden und mal schauen was die die kaiso anstellt briten sind alle da oben und haben zuletzt ein u-boot mit startschiffen umstellt oder was das da gerade war wenn doch um die im kai skript drin zu sein dass die reiter sich und belgien da irgendwie zurückziehen uns von dem aspekt verstehen von dem reiter nun mal als weiche einheiten zählen während infanterie als harte einheit zählt und also die reiter in der frontlinie andauernd mehr verlust erleiden würden trotzdem wenn er sich ständig nach hinten ziehen kann müssen wir ja auch mal also zieht das hier zu wandern und zeitpunkt ständig nach vorne jetzt fährt er hier ein bisschen mit der flotte raus und die auch was machen oder nur fahren und gucken auch überall sein feind kontakt rein drin und der höheren kd passiert das wahrscheinlich also der höher schwierigkeitsmäßig eingestellt kai passiert das wahrscheinlich nur nicht weil die sichtweite dazu geschenkt bekommt nachher die ausnahmen man merkt auch da dezent dass irgendwelche kai skripte denen wohl mehr einheiten gegeben haben als man als spieler sonst da hinten kann ich mich zumindest nichts an erinnern da so viel zeug zu haben und kann mir ihr hinterland auch noch voll stehen das ist irgendwie auch das unterhaltsame am kai zug machen die noch was sinnvolles oder einfach nur da da kommt ein britisches akku direkt vor denen und die industrie zieht weiter 46 punkte von den deutschen über geschoben das ist gut den senden und nach pola ok mal sehen ob das irgendwie sinnvoll ist dann treibt der mittelmeer den selben da ruhig zurück dann kriegen wir da schon mal ein feld weiter was da wo ich in den feindkontakt da geht auch noch normalen umständen wäre der westfeldzug mit dem ergebnis bisher eine totale katastrophe für die mittelmächte aber das hier sind keine normalen umstände der kai der kai der kai der kai der kai der kai her der kai der kai der kai der kai Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden ja dann doch hilfreich, um Serbienbad zu kriegen und dann hätten wir eine Truppe frei, die gegen Italien kämpfen kann. Ach, Georg von Trapp beginnt seine Laufbahn als österreich-ungarischer U-Boot-Kommandant. Ist doch vielleicht mal Grund genug, das eine U-Boot, das wir bekommen haben, mal rauszuschicken. Und irgendwann zu hoffen, dass das Wetter mal wieder gut wird. So, dann komm du hier schon mal ran und mauer dich hier. Der Kuh läuft auch schon mal. Ich will mir halt die Eisenbahnverlegung nach Möglichkeit sparen. Man hat als Österreicher hier halt doch nicht endlos viel Geld. So, jetzt haben wir hier natürlich einen kleinen Kommando-Engpass, wenn der andere ausfällt. Bei diesem Zug ist er noch da. So, und auch sonst ist das von den Finanzen her schwierig. Und das Forschungslimit, weil es Österreich leider auch nicht so viel, wie man sich wünschen würde. Das ist 1-2-2, aber nur eins davon, naja. Wäre ich, ob das reicht. Also dich müssten wir heilen und da wird das Geld jetzt schnell verschwinden. Immer weiter vorstoßen. Können wir vielleicht demnächst, ja, Verschanzung wird schwierig, die Stadt zu nehmen. Dann geht hier schon mal ran, da ist das Gebirge, deswegen kommen die da nicht schnell durch. Auch noch rein und dann ist bald alles Geld weg. Also wir nehmen mal den kaputteren, ich nachkomme dich auch. Und dann wahrscheinlich wegräumen da rein und dann irgendwie versuchen, die Hauptstadt wegzuräumen. Deswegen auch mal wieder deutsches Geld für den da leihe. Den einfach weiterlaufen. So, du. Kommst ja immer noch nicht ganz hin. Das Ding werde ich noch eben da brauchen, um auf Partisanen aufzupassen. Das Ding müsste auch noch geheilt werden. Dann wäre das Geld ganz, ganz schnell weg. Was nicht gut wäre. Deutsche Forschung. Ich kann gerne Führung und Kontrolle mal schneller machen. Mit dem mal etwas besser sind. Die haben ja nur Werte von 3 oder 4 oder so ein Kram. Und dass die noch einen mehr unterstellen können, das wäre in Säbien gerade eigentlich ganz gut. Und man könnte das Ding auch erstmal in Position fahren und dann dernächst noch teilen und upgraden. Wobei mit dem Upgrade könnt ihr ja schon entschanzen. Dann macht er nicht so viel Demoralisierung schaden. Aber kann halt entschanzen und dann kann man vielleicht doch schon agieren. So, wie ist der Zwischenstand hier? Einige Einheiten stehen jetzt hier auch selber im Sumpf und können deswegen nicht so gut draufhauen. Den können wir treffen, aber am Ende zerschlagen wir den schon. Du, sonst nimm mal den da draußen lieber, falls die da jetzt wirklich Stress machen. 2, 1, der ist auf 0, 2, 2, 2. Das riecht alles noch danach, dass man einen Moment weiter belagern müsste. Okay, der ist auch nur eine Abteilung, deswegen hat er nicht so die Werte, aber jetzt immer die so ein bisschen schwächt. Ganz sicher, falls ich jetzt nicht wieder Verbündete, um die österreichischen Einheiten zu schonen. Nein, nein. Es sieht vielleicht so aus, aber das... 3, 1, 3. Ich meine, ihr könntet den versuchen schon mal rauszukriegen. Noch mehr Moral für Österreich. 5, 1, aber das wird er nicht zerlegen. Aber gut, dann zerlegen wir ihn halt nächstes Mal. Und gut, Erfahrungen für die ein oder andere Truppe. Aber sonst hast du mal zur Seite und du da rein. Ihr haltet das dann soweit so gut. Und ihr... Na gut, die könnten den Ort für den Anfang erobern. 4, 1, auf den ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das ist ja wieder so ein bisschen alleine. Der prallt ab. Der kommt noch nicht ran. Ja gut, der könnte es versuchen. Gut, du könntest da rein und einfach mal inständig hoffen, dass du überlebst. Da verschanzt und du kannst da noch ein bisschen ran. Gut, dann kümmert ihr euch darum hier. Ivano-Krotz, schwer verschanzt, das wird schwierig. Teilweise müsstet ihr auch eher wieder geheilt werden. Wo will der denn? Der ist noch auf der österreichischen Hälfte, finde ich. Also hier schön weiterkämpfen. Ja gut, wir hatten also bei denen da noch Heilbedarf. Achso, hier die wurden bewegt. Die waren alle geheilt. Sonst könnte ich auch erstmal fitter machen. Reiter da reinzustellen ist immer so ein bisschen abenteuerlich. Oder du gehst an die Seite, das wäre gesünder und klärst da erstmal auf. Und du gehst, okay, 3-1 ist noch gut. Und dann wartet ihr auf die Kanone, um Ivano-Krotz zu erstürmen. Rief doch eigentlich weiter ganz gut. Dann kann der Bomber... Und wenn es die ganze Zeit weiterregnet, wird er eh kaum rankommen. Fliegt lieber schon mal los. Der da, der da. Ja, ich denke wir können den Zug beenden. Endlich mal einer, der trifft. Also ich meine, klar ist es Regen. Die Angriffe sind alle reduziert und so. Aber ist die alle, die es da gemacht haben? Hat er gerade einen Gebirgsjäger in die Wüste gestellt? Nein, sowas würde ich auch machen im Notfall, wenn man gerade keinen anderen hat. Aber der hat doch genug. Irgendwie da rumstehen. Also, wir sind die Leute. Das war's für heute. 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 Ich hoffe, die deutsche KI ist klug genug, nächstes Mal Tilze zu befreien. Die genügend Truppen wären ja da. Die da auf jeden Fall den Kessel nochmal aufmachen könnten. Jetzt kommen die da wirklich noch von der Seite. Das war's für heute. Gut, wenn der Reiter überlebt haben wir dann, glaube ich, weiter keine österreichische Einheit als Totalverlust. Das wird dann der Front da langsam eng. Na gut, hier die Sumpfbelagerung dürften jetzt oder in diesem Zug durch sein. Also man kann jetzt schon draufhauen. Dann wird die bald und dann können wir da auch mal weiterarbeiten. Martillerie vielleicht. Na gut, wir werden erst upgraden und dann heilen. Das ist im Endeffekt ein bisschen teurer. Aber dann könnte man Ivano-Gott nächstes Mal mit vier geschossen. Er hat eine Verschanzung von sechs. Das heißt, die Russen haben den nächsten Grabenkrieg. hinten ist nicht ganz so viel, aber hier oben wird das immer unangenehmer. Okay. Ja gut, komm, du darfst hier nochmal rausfahren, falls du den alliierten Schiffen entkommst. Es ist nur ein U-Boot, aber U14 nimmt Fahrt auf. Gut, ihr könntet ihr ja, die Hauptstadt ist so ein Problem mit ihrer Vierer Verschanzung. Weiter bei 68, aber wenn ihr hier ein NM-Ziel haben und hier dann noch tiefer ins Land fluten, das Akku noch irgendwo, das muss da ja sein, wenn wir den hier abschneiden, das dürfte sich alles klären auf Dauer. Das müsst ihr erstmal halten, hier draufhauen und vernichten, das demnächst angehen und dann wahrscheinlich hier rauf laufen und hier vorne vielleicht einkesseln. Damit war schon eine primäre Versorgung drin, aber naja, wird schon werden. Führung und Kontrolle ist nächstes Mal fertig, sehr schön und Italien ist aber auch so ziemlich nächstes Mal mit drin, aber jetzt hier in Position und kann sich verschanzt und das Akku kommt ran. Na ja, gut, dann damit an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einer nächsten Folge. bis dann.